Heizen, Sechs Stück, hier habe ich auf jeden Fall den Platz gut ausgenutzt. Ich lasse mal zwei hier unten, weil mehr braucht man nicht mehr. Also hier einmal die ganze Doppelliste, ist voll und doppeltig günstig, jetzt ist er einer für zwei. Das Verhetzen ist doch ein bisschen teurer, ein bisschen, einer für drei. Wenn ich da noch nichts drin habe, dann kann ich hier schon mal was machen, was man da im Shop macht. So, kann man mal gucken, ob hier da ist. Jetzt kann ich auch noch ein paar Kartoffeln anpflanzen, damit die auch noch ein bisschen höher werden. Hier irgendwo oben, zack, 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 da. Oder die sollte man nämlich auch, aber irgendwo dann, wo man dann... Hier habe ich ja eigentlich alles vollgestellt, schon was heißt. Da habe ich ja mal eine Leiter dabei, jetzt könnte es gleich kritisch werden. Da habe ich ja keine Leiter dabei. Jetzt wieder hier hochlaufen. Einmal. Dann nehmen wir mal sieben Leiter, damit das reicht. Wie wird das? Dann nehmen wir mal sieben Leiter. Dann nehme ich das mal, wenn wir jetzt mal etwas neu machen. Wenn ich dann ganz gerne eine Leiter. Und dann gehe ich, du noch eine Leiter. Also, wenn du noch eine Leiter mit dir, ich sag, Leiter mit ihm aus 생macht. Also das ist nicht eigentlich genug. So, jetzt wollen wir natürlich noch gleich Erde. Zack. Was muss dann da noch? Da sind jetzt da zwei Blöcke zwischen. Ja, dass es ja auch immer runter geht. Das beilt hier irgendwo. Ich kann ja irgendwo sagen, dass hier eine neue Leitung kommt. Da sagen wir noch nichts kommt. So, noch eher so zu vergrößern. Dann würde ich erstmal jetzt hier anfangen. Ich habe schon noch mehr, aber... 28 Erde sollte eigentlich reichen. Jetzt habe ich auch noch nicht mehr noch eine Hake. Und Wasser. Das ist ein Eimer. Wie ich ja zufälligerweise hier gelassen habe. Ich brauche hier nur 1. Ich brauche ja nur 1. 2 nehme ich noch 2 mit. Zack. Das brauchen wir. sogar mit effizienz E4, E4 U1 hier können wir noch bellen zack, warte so jetzt hört man es hier, bong nehmen wir mal runter bongalong, man bret es nicht runter, hallo, danke braucht er irgendwie mal schneller, muss er noch einen Platz haben, um die Weile auszunehmen es wird auf jeden Fall schon mal schnell hier hat die Idee jetzt hier mache ich damit ich schlau bin erstmal anzunehmen dann muss ich nicht mehr mitrücken wenn ich hier mitschalte, ich bin zack zack, zack, so ne, ich muss die Haltung hier entwärt sich so dann schön hier so eine Reihe machen hier da hier 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 Aber ich hätte da oben in der Superkiste was auf jeden Fall schon mal vorantreiben Hier die Knochen, daraus kann man knücheln, Knochenmehl machen, hier habe ich noch Pfeile, ein bisschen Brot, ein bisschen Weizen, sogar sehr viel Holz Na ja, hier Weizen hatte ich, Weizen, Erde, Erde hatte ich gerade gehabt Das hatten wir ja zum weiteren Bohnen gefehlt und davon habe ich noch 16 hier, aber das sind nur 16 Blöcke, das bringt mir ja auch nichts Das heißt, der schmelzige Naht, da kommt es wieder Wenn ich noch die 10er Lava rein klatschen könnte So, müssen wir aber auch mal erst mal Na ja, davon haben wir aber noch Stein Auch gar nicht den 20er mitnehmen soll Ich weiß auch nicht, warum ich da noch nicht mehr mit der Kiste gesetzt habe So, wo ist denn das Problemchen jetzt? Wenn dann schon eine Doppelkiste Ach ja, nicht eine Einzelkiste, weil es reicht Das ist auf der Kiste drauf Super So Dann kann man hier einfach alles rein tun, was man möchte Essen Essen, wenn das wird, das hier habe ich noch Ich weiß noch nichts Ich weiß noch nicht, aber es ist ja